Die Wollfeier-Basche Die Wollfeier-Basche Die Wollfeier-Basche Nicht Transfieren So ist wie der Wollfeier-Basche Nimm einen an der Paisen-Basche Du weißt noch gar nicht, worum es geht Nach Lübeck fahren wir Bitte? Lübeck? Nach Lübeck fahren wir Und was ist dort Besonderes? Was du da hast du gehört? Was kostet, hat man sich erst entkulturiert Wir reden so ungefähr mit 4 Tagen Etwa Wir fliehen voraussichtlich nach Hamburg Und fahren dann mit dem Zug nach Lübeck Wie viele Nächte wollen wir bringen? Zwei oder drei? Wenigstens drei Es wird nur noch geschlafen Wie ist denn der Pekka Grube 80 Wieso willst du aber den Speicher an? Von jedem Speicher werden die verschiedensten Stellungnahmen, also Kundenbeurteilungen Der eine hat den Abend zu bestimmen Und dann hat es nicht kürzlich Man wohnt dann der Klappe Ja, wir gehen meistens mit Stand und zwei Sparten Und da oder eine Woche meistens Haben wir sieben, halb, acht auf Und da haben wir einen gemütlichen Neunmal der Zollschule Da gebe ich mir eine halbe Stunde Außer ich den trainieren Das wird schon mal lassen Ich verspreche, wenn wir da bleiben Und dann habe ich den Klappe 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 So habe ich den Klappe Und dann habe ich den Klappe Sonst ist der Arme Aber mein Pension Oder was? Bitte Herr Bruder, holen Sie nennen wir aus Ja, wahrscheinlich Sie haben das gleiche, das hätte ich nicht Vorglauben Ich habe mich noch nicht Ich habe mich noch Ich habe mich noch Ich habe mich noch Aufzufüllen 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 Gerade in der Bebüte war auch Ich habe auch geschockt Ich muss noch ein Stichel weg An dem Dritten Jawohl Da wird also wirklich jetzt gepafft Wow Bitte Der Gangsters Club Zigan-Mafia auf Aspern Wow Boah, da raucht es. Bist denn du gescheit? Ja, der Thomas, der ist ein... Der Doktor Philosophus. Fidelius. Fidelius, Kubanus. Intellectus mit Brillus. Boah, bist denn du gescheit? Ausgezeichnet. Erwin, die ist gut. Die Casa de Torres ist das. Die Casa de Torres. Die habe ich eh daheim. Warum schaust du so bitter? Da botzt sie süßes. Prost, mein Lieber. Das ist alles am Film drauf. Diese Schweinerei. Nein. Das soll ja so sein. Fall dir nicht aus. Das ist ein Wahnsinn. Ein richtiger Ziganrauger tut den Oschen da rein und rennt. Das ist ein tolles Foto. Ja. Gehen wir zu unserem Philosophen. Der erste ist der beste. Ja. Ja. Still, genügsam, leise, aber sehr, sehr gewöhnlich. Aber ungewöhnlich gewöhnlich. Gewöhnlich schön. Gewöhnlich schön. Gewöhnlich liebevoll. Der Wein, das ist so richtig. Und dann machen wir ihn kurz vorher auf. Ja, man muss doch mal so. Wirklich, was ist ja nicht so schlecht. Das ist ja gut. Was ist mit der? Das ist ja schön. Film in die Wäsche. Und aus. Und kurz. Ta中間. Lasst mich, wie wir es sind. Ja. Ich bin jetzt so recht runter. Wirklich, wirklich, was wir uns gerade erstes. Hier wurde ich, was wir später noch nicht zu tun. Wirklich, die drei Jahre, wirken uns das immer noch nicht. Vielen Dank.